Komm, wir spielen. Du bist dran. Die prallen ja ab an dem. War das jetzt, weil ich ihn abgeworfen habe oder weil ich in der Mitte stand? Du wolltest. Er hat Duschnung gemacht, hat Duschnung gemacht. Ah, Hilfe, 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 unten, unten, unten. Bodo, verkaufst du uns gerade? Nein. Wow. Julia? Julia, danke schön. Ja, wenigstens kam er auf zwei bekommen, der Bumster. Dodo, Julia? Ja. Ich schau die ganze Zeit einfach nur auf den Chef. Ich auch. Übrigens, oder? Übrigens was, Julia? Okay, da sind wir schon wieder bei der Aufmerksamkeit. Danke, Julia. Danke, Julia. Danke, Julia. Danke, Julia. Danke. Ich schwöre es euch. Ich schwöre es euch, er mag mich einfach. Das ist gemein. Gucken, ob Dixbot sich jetzt verbindet, beziehungsweise erstmal entbunden. Oh, Dodo. War das schlecht. Okay. Ich will mich hier nicht länger auf diesem Ort aufhalten. Und dein Ding dann wäre erschrocken. Ein bisschen. Wir sind... Schauen wir aber trotzdem nochmal hier. Hola. Ah! Hallo. Was brüllst du mich von der Seite so an? What the fuck? Ah, Julia! Ah. Damn it. Eieieiei. Danke, Julia. Ah, eieie, ja. Mach nicht so mit mir. Okay. hallo ach wieso sagt mir keiner, dass ich die Dots genommen habe mann ach mann oh mein Gott das kann doch nicht wahr sein warum immer ich mf3 du bist schon wieder tot ja, also ich hab daneben geworfen das ist aber natürlich ja gut du nimmst denkmal schon den Sack in die Hand und dann oh man ok nein danke nein danke ich verstehe gerade kein Wort so, jetzt wieder da ist schon eine Kerze guck oh shit nein, 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 nein lass hoffen ekelhaft will nicht damn it alter irgendwie habe ich ein ganz böse what the fuck das, dass ich hier am Anfang nicht so auf die Fresse bekomme erst mal Tür zu knallen du warst nicht gemeint nein, nein, moröl ey, den nimmt meine Fackel weg wow julia julia dankeschön das sind wir schon wieder bei der aufmerksamkeit gleich tot dankeschön das hast du jetzt nicht gesehen du hast knochen gesagt sag mal so geht man nicht mit einer säge um ganz schön behalten dieser stein ich schwöre ich fick diesen stein noch irgendwann genau hier in der schweiß habe ich mich erschrocken gerade oder hat er sich schon bemerkbar gemacht das kann nur julia gewesen sein 36 leben bist du hier schweiß schweiß was 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 war das so langsam habe ich nichts dagegen wenn ich mal gewinne dankeschön überlebenskampf jo pauli schön dass du da warst ich wünsche dir noch einen schönen tag viel spaß bei dem was du machst oder ihr wir hören uns tschüss pauli tschüss pauli oh mein gott Dodo, hör auf damit. Oh fuck Dodo, das war peinlich und ich kann grad nicht klippen, Mann. Ja, ich will das auch, ich will das auch, Julia. Mein Hinaldiok. Warte, hantet der jetzt? Mein Gott. Ah, das stimmt halt auch nicht. Ähm. Ja, das ist ein Abflück, der da. Der hat mein Buch an. Ah, ich weiß, also das hab ich mir schon gedacht, aber der blinkt immer noch. Mein Mikrofon. Der Poltergeist, ja. Ich würde auch jetzt gleich einen Haufen legen. Kannst du Räucherstäbchen mitnehmen? Ja, mach ich jetzt gleich. Du wirst jetzt auch gleich einen Haufen legen. Ich hab's auch gemerkt. Warte, warte. Ja. Oh. Hast du früher gesehen? Ja. Alter. Alter. Ich. 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 определine. Ich. 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 Oh, die spawnt einfach direkt vor mir und röpst mich an. Schreib bitte ins Buch. Alter, ich wollte gerade schon sagen, Benji, was ist das denn jetzt? Dieses Geräusch kommt echt, bevor diese Schrift kommt. Danke, Julia. Kommt. Alter. Warum tust du das jedes Mal? Mann. Oh, das warst du. Alter. Alter, ist der Jack? Ist der behindert? Alter. Oh mein Gott. Warum? Alter. Seit wann machen die das? Warst du das? Warst du das? Warst du. Nein. Во bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du jung? Bist du alt? Oh, ich habe Gänsehaut. Ja, das ging fix. Warten wir gerade noch eine Hand ab. Gibt mir ein Zeichen. Oh nein. Oh, habe ich mich erschrocken. Vor der Kack-Friese. Bleib hinter mir, Junge. Wow. So, du kriegst am Ende noch Kamele, anstatt die bezahlt werden. Ach. Boah, leck mich am Arsch. Wieso ist das so laut bei mir? Das war's. So, das war's. Vielen Dank.